Also Kevin, dann mal Butter bei die Fische. Möwi oder Kevin? Kevin. Pommes oder Bratkartoffeln? Da bleibe ich bei der Pommes, ja. Kevin Möwald oder Pascal Henz? Kevin Möwald. Ich glaube, der Spitzname ist das gleiche, die Sportart ist verschieden. Erfurt oder Nürnberg? Dann doch meine Heimatstadt Erfurt, ja. Erfurt oder Bremen? Da natürlich im Moment noch die Heimatstadt, vielleicht aber dann in ein paar Wochen oder vielleicht in einem Jahr dann Bremen. RWE oder der Klub? Beides starke Klubs, bei denen ich wirklich froh sein konnte zu spielen, aber ich entscheide mich dann natürlich für den Klub, weil ich mit denen halt auch einen Aufstieg in die Bundesliga erleben durfte. Der Klub oder Werder? Dann natürlich der jetzige Verein. Man schaut zwar immer gerne mal zurück, aber ich freue mich auf das, was vor mir liegt, deswegen entscheide ich mich dafür, Werder. Jena oder Chemnitz? Ganz klar Chemnitz. Jena oder Fürth? Die Frage wird gestrichen, da gibt es gar nichts von beiden. Jena oder Fürth? Äh, ach, Jena. Jena oder der HSV? Ich bleib bei Jena. Fitness oder Freizeit? Mischung aus beiden, dann machen wir natürlich dann eher mal die Freizeit klar. Snapchat oder Instagram? Bei beiden extrem aktiv, aber ich entscheide mich für Instagram. Instagram Post oder Instagram Story? Dann die Story, ja. Konsole oder Buch? Ganz klar die Konsole. Playstation oder Xbox? Playstation. FIFA oder Pace? FIFA. Basketball oder Eishockey? Basketball. Rock oder Hip-Hop? Hip-Hop. Fahrer oder Beifahrer? Ich fahre am liebsten selbst. Schnell oder langsam? Schnell. Schnell und sicher. Ferrari oder Porsche? Ich entscheide mich für Porsche. Formel 1 oder DTM? Formel 1. Vettel oder Hamilton? Hamilton. Bisschen mehr Klemmer. Haus oder Wohnung? Wohnung. Wohnung oder WG? Wohnung. Immonet oder Immoscout? Damit habe ich jetzt mit beiden gute Erfahrungen gemacht in letzter Zeit. Immoscout. Wohnungssuche. Zu oder Absage? Zu. Sicher? Nicht immer? Immer? Nicht immer, aber zum Schluss zum Glück ja. Nike oder Umbro? Ähm, Nike. Das musst du streichen jetzt, ne? Und tschüss. Nike oder Umbro? Umbro. Home oder Away-Trikot? Äh, ja. Also, ich entscheide mich für das Home-Trikot. Offensiv oder defensiv? Äh, eine Mischung aus beiden, aber lieber offensiv, ja. Tor oder Assist? Beides echt ganz gut, ähm, aber ich entscheide mich dann doch fürs Tor. Notbremse oder Gegentor? Notbremse. Britz! Freistoß direkt oder Flanken? Kommt auf die Position drauf an, also ich schieße lieber direkt, ja. Hält der Torwart dann oder in Winkel? Kommt drauf an, wer am Tor steht, ne? Also, er hält nicht, im Winkel. Last Minute 1 zu 0 oder deutliches 5 zu 0? Beides geil, also sowohl als auch, aber dann entscheide ich mich für ein deutliches 5 zu 0. Pokalabend oder Bundesliga-Samstag? Ich kenne den Bundesliga-Samstag noch nicht, deswegen entscheide ich mich im Moment noch für den Pokalabend. Champions League oder WM? Ähm, dann die WM bis zu dem Zeitpunkt, wo Deutschland ausscheidet. Das wäre dann nicht so lang. Ja, deswegen, kurzes Vergnügen gewesen, leider. Klassenerhalt oder Europapokal? Europapokal. Mazeran oder Helmut Rahn? Äh, Wazeran. Frings oder Miku? Beides starke Spieler, entscheiden mich aber für Miku. Klose oder Ailton? Ha, da entscheide ich mich für den Deutschen. Miro Klose. Klose oder Marek Mintal? Also, Marek kenne ich persönlich, deswegen entscheide ich mich für Marek. Pelé oder Maradona? Pelé. Messi oder Ronaldo? Messi. Messi oder Möwald? Messi. Ronaldo oder Möwald? Möwald. Sportschau oder Werder TV? Werder TV. Werder TV oder Club TV? Werder TV. Was soll ich jetzt sagen? Wenn ihr noch mehr Butter bei die Fische sehen wollt, dann auf keinen Fall hier klicken. Werder TV? Werder TV? Werder TV? Vielen Dank.